Musik Mit 100 Metern Höhe ist der 1973 eröffnete Europaturm das Wahrzeichen von Mulhus. Seine drei konkurren Seiten symbolisieren die Lage der Stadt im Dreiländereck. Nur 34 Kilometer sind es nach Basel und 57 Kilometer nach Freiburg. Drei Meter niedriger als der Europaturm ist der Glockenturm der Evangelischen Stephanskirche oder französisch Tempel Saint-Étienne. Zwischen 1859 und 1866 erbaut, ersetzte sie eine kleinere Kirche aus dem 12. Jahrhundert, die nach mehreren Umbauten und eines Konfessionswechsels baufällig geworden war. Durch ihre Nähe zur Schweiz und zu Deutschland hatten beide Länder Einfluss auf die Stadt. Nach Kriegen wurde sie zwischen Deutschland und Frankreich hin und her geschoben. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 kam Mühlhausen ins Deutsche Reich, nach dem Ersten Weltkrieg zurück nach Frankreich und im Zweiten Weltkrieg wieder für vier Jahre unter deutscher Verwaltung. Die deutschen Einflüsse sind noch heute in der Altstadt sichtbar und als elsässisch hörbar. Mit rund 106.000 Einwohnern im Stadtgebiet und 273.000 Menschen im Großraum ist Mulhus die zweitgrößte Stadt des Elsass. Über 40% der Bevölkerung sind unter 30. Damit sind die Bewohner von Mulhus jünger als der Durchschnitt französischer Städte. Die Lage von Mulhus begünstigte seine Entwicklung während der Industrialisierung. Die Gründung einer Textildruckmanufaktur war der Impuls für eine aufblühende Textilindustrie, der chemische und mechanische Industrien folgten. Bald wurde Mulhus die Stadt mit den 100 Schornsteinen genannt. In dieser Zeit erlebte Mulhus ein rasantes Stadtwachstum. Zwischen 1798 und 1866 verzehnfachten sich die Einwohnerzahlen. Für ihre Dampfmaschinen brauchte die Industrie Kohle. Diese kamen zuerst per Schiff, schnell aber auch per Bahn. Bereits 1839, also vier Jahre nach der ersten Eisenbahnstrecke in Deutschland, eröffnete mit der Verbindung Mulhus-Tann die erste Eisenbahnstrecke im Elsass. 1841 folgte die Strecke von Mulhus nach Straßburg und 1844 nach Basel. Da der Transport der Kohle zu den Fabriken mit Fuhrwerken umständlich war, erlangte eine von Schweizer Investoren gegründete Gesellschaft 1880 die Konzession für den Betrieb einer Kleinbahn zum Gütertransport in Mulhus und den benachbarten Orten. Der Gesellschaft wurde auch der Personentransport auferlegt, um die Öffentlichkeit für die Nutzung des Straßenraums zu entschädigen. Im Jahre 1882 geht die erste Strecke der Dampfstraßenbahn vom Bahnhof nach Dornach in Betrieb. Weitere Linien folgen. Wie in anderen Städten, wo Dampfstraßenbahnen fahren, beschwert sich die Bevölkerung über ihren Lärm und Schmutz. 1894 wird daher die erste Linie auf elektrischen Betrieb umgestellt. Die Elektromotoren erlauben einen schnelleren Betrieb und damit auch einen dichteren Takt. Im Jahre 1900 hat das Straßenbahnnetz innerhalb Mulhus eine Länge von fast 30 Kilometern, dazu kamen noch Überlandlinien mit einer Länge von 33 Kilometern. Eine Episode blieb, der als Stadtbahn bezeichnete erste Trolleybus, der ab 1907 als städtisches Verkehrsmittel zwischen Zoo und dem Viertel Rebberg verkehrte. Schon bei der Eröffnungsfahrt wäre es beinahe zu einem Unglück gekommen, als bei der Talfahrt die Bremsen versagten. Nach technischen Nachbesserungen verkehrte der Trolleybus noch bis 1918, dem Jahr als ein Depot brandt, alle vier Fahrzeuge vernichtete. Die Rue Savage ist die Haupteinkaufsstraße von Mulhus. Zu deutschen Zeiten hieß sie Wildemannstraße und während der Besatzung im Zweiten Weltkrieg auch kurzzeitig Adolf-Hitler-Straße, bis die Nationalsozialisten den ironischen Bezug der Einheimischen auf den ursprünglichen Straßennamen bemerkten. Alte Postkartenmotive zeigen die Veränderungen in der Straße. Das Hotel Zentral wich einem Gebäude der französischen Nationalbank. Heute steht an seiner Stelle ein modernes Geschäftshaus und die Rue Sauvage ist eine Fußgängerzone. Die Rue Sauvage mündet in den Plastilla Republik. Als Mühlhausen zu Deutschland gehörte, hieß sie ein Neuquartierplatz, da sich ab hier ein neues Quartier bis zum Bahnhof erstreckte. Wie er heute aussieht, sehen wir später. Verschwundene Reklame, geschlossene Fensterläden und ein Soldat, Zeugen von dunklen Zeiten während des Zweiten Weltkriegs. In der Nachkriegszeit verlief die Entwicklung wie in vielen anderen europäischen Mittelstädten. Die Zahl der Autos stieg an, Strecken- und Wagenmaterial der Straßenbahn waren verschlissen, da kriegsbedingt nichts mehr investiert wurde. Statt die Straßenbahn zu erneuern, setzte die Lokalpolitik auf den Bus. Zunächst auch auf Trolleybusse, um die elektrische Infrastruktur weiter nutzen zu können. Zwischen 1947 und 1957 wurden so die Straßenbahnlinien schrittweise ersetzt. Zehn Jahre später, 1968, endete auch die Ära der Oberleitungsbusse in Mühlhus. Die nächsten 38 Jahre wurde der öffentliche Nahverkehr nur mit Dieselbussen abgewickelt. Im Jahre 1992 gab sich das Verkehrsunternehmen den Namen Tram, als Abkürzung für Transport de l'Agglomération Moulosienne, der aber nur zehn Jahre Bestand hatte. Zu dieser Zeit fuhren zwar nur Busse. Die Entscheidung, die Straßenbahn in moderner Form wieder einzuführen, erfolgte erst sechs Jahre später, im Jahre 1998. Heute fahren in der Stadt nicht nur mit Biomethan betriebene Busse, sondern auch Straßenbahnen. Dabei ließ sich die Politik von der positiven Entwicklung im 115 Kilometer entfernten Straßburg inspirieren, wo 1994 mit der Renaissance der Straßenbahn nicht nur ein sauberes und leistungsfähiges Verkehrsmittel eingeführt, sondern im Zuge der Baumaßnahmen auch die Straßen vom Verkehrsraum zum urbanen Lebensraum umgestaltet wurden. Anregungen holte sich Mühlhus auch in Karlsruhe, wo Tramdrehenzüge vom Eisenbahnnetz auf das städtische Schienennetz wechseln und so direkte Verbindungen vom Umland in die Innenstadt ermöglichen. Das 2006 eröffnete Straßenbahnsystem ist ein wichtiger Baustein bei der Transformation Mühlhausens von einer in die Krise geratene Industriestadt zu einer Stadt der Bildung, Kultur und des Gewerbes. Auch in Mühlhus wurde bei der Wiedereinführung der Straßenbahn nicht nur technisch, sondern auch stadtgestalterisch gedacht. So bereichert das Straßenbahnsystem mit sorgfältig gestalteten Fahrzeugen und Haltestellen, umgestalteten Straßenräumen und Kunstwerken an der Strecke das Stadtbild. Die Straßenbahn hat sich daher einen festen Platz unter den Sehenswürdigkeiten der Stadt erobert, wie der Eintrag bei TripAdvisor zeigt. Drei Straßenbahnlinien und einer als Tramdrehen auf das Eisenbahnnetz übergehende Stadtbahnlinie treffen sich im Stadtzentrum. Linie 1 fährt vom Hauptbahnhof zur nördlichen Stadtgrenze in den bevölkerungsreichsten Stadtteil Burzvilla, der an die eigenständige Gemeinde Kingersheim grenzt. Linie 2 verbindet den Stadtteil Coteau mit der Innenstadt und wird in Richtung Osten weiter zum Quartier Europe-Nouveau-Basson geführt. Linie 3 verstärkt vom Bahnhof Lutterbach die Tramdrehenlinie und bündet den Stadtteil Dornach an den Hauptbahnhof Moulouse an. Schließlich fahren noch Tramdrehen-Züge vom Bahnhof auf dem Straßenbahnnetz bis Lutterbach, wo sie auf das Eisenbahnnetz wechseln und ins 15 Kilometer entfernte Tannen weiterfahren. Im Unterschied zu den gelben Straßenbahnen der Solea werden sie von der französischen Eisenbahn SNCF betrieben. Wir starten unsere Straßenbahnfahrt durch Moulouse an der westlichen Endstelle der Linie 2 in Coteau. Hier entstand bis 1975 eine Großwohnsiedlung für Arbeiterfamilien, die heute als Problemviertel gilt. Für die nächsten Jahre ist daher ein großes Sanierungsprogramm für das Gebiet geplant. Mit der Straßenbahn erreichen die Bewohner von Coteau die Innenstadt innerhalb einer Viertelstunde. Werktags fährt die Linie 2 im 6-8-Minuten-Takt, sonntags alle 20 Minuten. Musik Musik Über den Illberg geht es zur Universität. Dank vier Fahrmotoren mit jeweils 120 Kilowatt Leistung überwinden die Straßenbahnwagen die Steigung mühelos. 80% der Strecke sind als Rasengleis angelegt. Markantes Zeichen der Stationen an der Linie 2 sind die in leuchtenden Farben gehaltenen Bögen des französischen Bildhauers Daniel Bören. Als Oberleitungsmasken genutzt verbinden sie Kunst und Funktion. Musik 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 Mulus ist ein Zentrum für zeitgenössische urbane Kunst. So gibt es auch entlang der Straßenbahnstrecken viel zu entdecken. Beispielsweise diese Schafe an der Station Porto die Yves Carey aus Ölfässern schuf. Musik Auch die technischen Einheiten die an den Stationen Fahrkartenautomat und Fahrgastinformation vereinen sind teilweise künstlerisch gestaltet. Musik Musik Von der Station Meri geht es zur Station Fort Jön. Trotz anfänglicher Zweifel aus der Bevölkerung passen sich die bunten Bögen an die Stationen gut ins städtische Umfeld ein. Musik 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 Prochaine Station Porte Jaune Der Schweißer Der Schweißer, ein weiteres Kunstwerk von Yves Carey erinnert an die industrielle Vergangenheit der Stadt. Im Hintergrund das Einkaufszentrum Porte Jaune, das zwei Jahre nach der Inbetriebnahme der Straßenbahn eröffnet wurde. Es gibt der zentralen Straßenbahnhaltestelle an der Schnittstelle zwischen Alt- und Neustadt den Namen. Der Boulevard d'Europe, einst mehrspurige Asphaltfläche, wurde mit dem Bau der Straßenbahn zu einem grünen Band, an denen viele der über 1000 neu gepflanzten Bäume stehen. Bäume und Rasengleis verbessern das Mikroklima und verringern im Sommer die Aufheizung des Straßenraums. Die Endstelle Nouveau-Basin ist erreicht. Neben einem Multiplex-Kino gibt es hier Parkhäuser. Von der Autobahn kommend, kann hier das Auto abgestellt werden, um bequem mit der Straßenbahn in die Innenstadt zu fahren. Die Fahrt in die Bänderanlage gibt Gelegenheit, das für Molus geschaffene Design der Wagen zu betrachten. Die modulare Bauweise des Typs Alstom Cetades ermöglicht eine kundenspezifische Gestaltung der Fronten. Dies macht die Straßenbahn zu einem städtischen Wahrzeichen. Bei einem Wettbewerb, bei dem die Bevölkerung über die Gestaltung ihrer Straßenbahn abstimmte, entschied sich Molus für Ideen des in Barcelona geborenen Künstlers Pertorant, kurz Peré. Als Sonnenstrahl kombiniert er das warme Gelb mit grafischen Elementen wie Piktogrammen, organischen und geometrischen Formen in Rot und Schwarz. Durch die unterschiedliche Kombination dieser Elemente gibt es Abwechslung und doch bleibt das Gesamtbild gewahrt. Die Straßenbahn ist ideal, um Sehenswürdigkeiten und Museen zu erkunden. An der Linie 1 hat das laut Eigenwerbung größte Automuseum der Welt eine Eigenhaltestelle. Aufgebaut wurde die Autosammlung vom industriellen Fritz Schlumpf, der zusammen mit seinem Bruder Hans eine Wollspinnerei in Molus übernommen hatte. Ab 1961 ließ er zahlreiche klassische Luxus- und Rennwagen, insbesondere der im Elsass beheimateten Marke Bugatti, aufkaufen. Die Restaurierung der Autos und Investitionen, um diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, verschlangen viel Geld. Als die Textilbranche in die Krise geriet, fehlte dieses Geld. Zahlungsunfähig flohen die Brüder Schlumpf in die Schweiz. 2000 Beschäftigte verloren ihre Arbeit. Dank Sponsoren und öffentlicher Gelder konnte die Sammlung gerettet werden und es heute als Musee National der Automobil-Kollektion Schlumpf zu besichtigen. Neben dem großen, originalen, ist auch eine Sammlung Tretautos zu sehen, mit denen schon damals der Nachwuchs zur Markentreue begeistert werden sollte. Im Bugatti-Werk in Molsheim entstanden aber nicht nur Autos. Als sich aufgrund der Weltwirtschaftskrise der 300 PS Motor für das Automobilespitzenprodukt Bugatti Royal nicht absetzen ließ, baute Etoile Bugatti diese Motoren in von ihm entworfene Schnelltriebwagen für die Eisenbahn ein. Von den 88 Bugatti Autorails blieb ein Exemplar erhalten, das heute in der Cité du Trin dem größten französischen Eisenbahnmuseum zu sehen ist, welches ebenfalls mit der Straßenbahn gut erreichbar ist. Hier sind Lokomotiven und Wagen aus der Zeit von 1844 bis ins TGW-Zeitalter zu sehen. Hauptanziehungspunkte sind die Luxuszüge, die von der damaligen Reisekultur künden, die sie allerdings nur wenige leisten konnten. Mit dem Trans-Europ-Express wurde ab 1957 ein grenzüberschreitendes Schnellzugnetz etabliert, das sich in erster Linie an Geschäftsreisen errichtete und daher nur die erste Klasse führte. Ein bedeutender Designer, der das Bild der französischen Lokomotiven zwischen Ende der 50er und den frühen 1970er Jahren prägte, war Paul Azzens, der schon 1942 ein Elektro-Stadtauto aus Aluminium und Plexiglas baute. Auf dem Freigelände treffen sich Vergangenheit und Gegenwart. Die von Straßenbahn und Tramtrin genutzte Strecke nach Lutherbach führt direkt am Museumsgelände vorbei. Die von Straßenbahn und Tramtrin genutzte Strecke nach Untertitelung Die von Straßenbahn und Tramtrin genutzte Strecke nach Untertitelung Ein stufloser Einstieg und ein großer Mehrzweckbereich machen die Nutzung der Straßenbahn auch mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator bequem. Ein Straßenbahnwagen hat rund 50 Sitzplätze und 175 Stehplätze oder wenn man wie bei Bussen mit 6 statt mit 4 Personen pro Quadratmeter rechnet sogar 262 Stehplätze. Lutherbach ist ein Umsteigepunkt von der Regionalbahn zur Straßenbahn, die hier einen Endpunkt hat. Die Tramtrin-Züge, die in der Stadt wie eine Straßenbahn unter 750 Volt Gleichstrom fahren, wechseln hier auf das Eisenbahnnetz und fahren weiter bis Charnay und Tann. Dafür wurde der Abschnitt bis Tann mit 25 Kilovolt 50 Hertz elektrifiziert, der in Frankreich üblichen Spannung für den Eisenbahnverkehr. Daher werden zwei Systemfahrzeuge vom Typ Siemens Avanto eingesetzt. Dank der Tramtrin hat sich die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs auf dem Abschnitt Moulous-Tann vervierfacht. Das ersparte den Ausbau der parallel verkehrenden Autostraße. Eine Ausdehnung des Tramtrin-Systems wie in den Regionen um Karlsruhe oder Kassel gab es bisher in Moulous leider nicht. Zurück ins Stadtzentrum von Moulous. Wie leistungsfähig die Straßenbahn ist, zeigen einige Zahlen. Im Jahre 2022 beförderten die Stadtbusse im Gebiet von Moulous auf 24 Linien mit über 130 Fahrzeugen 50.000 Fahrgäste pro Schultag. Die Straßenbahn ohne Tramtrin übertraf dieses Ergebnis mit 60.000 Fahrgästen pro Schultag, obwohl sie nur 22 Fahrzeuge auf drei Linien einsetzt. Die Straßenbahn ist so eine wichtige Säule der Mobilität, zumal sie den Verkehr auf Hauptachsen ohne lokalen Emissionen abwickelt, ohne Reichweitenbeschränkungen, Ladezeiten oder Batterieverschleiß. Von der Haltestelle Port Gön geht es jetzt zum Bahnhof. Dabei sind auch die individuellen Jingles vor den Haltestellenansagen zu hören, die Pierre Henry, ein Wegbereiter der elektronischen Musik, der bis zu seinem Tod im Jahre 2017 in Paris lebte, extra für diesen Zweck komponierte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.